So meine Freunde, wir sind immer noch live hier auf der Game Convention. Es ist jetzt mittlerweile irgendwie was mit 18 Uhr. Ich habe ja eben noch zwei Videos hochgeladen. Und das ist hier so der Außenbereich. Wenn wir mal schauen möchten, da ist so eine Beach-Geschichte. Und ja, bei diesem schönen Wetter ist das schon richtig geil. Ja, heute ist leider nicht so viel los auf der Game Convention, aber morgen sollen dann erheblich mehr Leute erwartet werden. Und dann wollen wir mal hoffen, dass die Hütte voll wird. Und dass ich auch die Leute mal auf der Bühne zum Schreien bringen kann. Ich bin dazu verurteilt worden, jetzt den Moderator dazu machen. Also ich muss die Game Convention 2009 moderieren, weil der andere Moderator nicht da ist. Und jetzt muss ich den ganzen Kram machen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Und ja, ich möge mich dann nachher nochmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielleicht hört man sich ja nachher nochmal von jener Scheiße. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Tschüss dann. Tschüss dann.